Dieser Leopard legt sich mit dem Falschen an. Eine Szene mit Seltenheitswert, aufgenommen von Safari-Touristen im weltberühmten Kruger Nationalpark Südafrikas. Am frühen Vormittag stoßen die Touristen auf diese Gruppe von Pavianen mitten auf der Straße. Was die Affenbande nicht weiß, seitlich der Straße, perfekt getarnt im Steppengras, schleicht sich ein Leopard an. Plötzlich die Attacke, die Gruppe schreckt auf, läuft davon. Alle bis auf einen. Todesmutig stellt sich ein Pavian, möglicherweise das Alphatier der Gruppe, dem gefährlichen Raubtier in den Weg. Der Leopard reißt ihn zu Boden, doch wird sofort von anderen Pavianen umzingelt. Bevor der Jäger einen tödlichen Kehl- oder Nackenbiss ansetzen kann, prügelt die gesamte Affenbande auf den Leoparden ein, beißt und kratzt. Dem großen Raubtier bleibt nichts anderes übrig, als die Flucht anzutreten. Wow! Wow! Klarer Sieg für das Teamwork der Affenbande. Das Teamwork der Affenbande. Ja, das Teamwork der Affenbande. Ja, die Affenbande. Untertitelung des ZDF, 2020